Wie schön, dass auch Sie mit dabei sind. Hallo zusammen, auf geht's in die Vorweihnachtswoche. Ja, und das hier, das ist quasi ein Vorweihnachtsgeschenk für alle Duisburgerinnen und Duisburger und alle anderen. Zumindest, wenn es nach dem Projektverantwortlichen geht. Der Karl-Lehr-Brücken-Zug ist sogar zwei Wochen früher frei als geplant. Seit gestern dürfen alle wieder drüber laufen oder fahren. Ja, und wir haben heute mal ganz früh geschaut, wie das klappt. So, das war jetzt die gute Nachricht für alle Pendlerinnen und Pendler aus Duisburg und vom Niederrhein. Das hier, das ist jetzt die schlechte, denn diese Brücke wird zum Langzeitproblem im Ruhrgebiet. Heute kam raus, auf der A42 wird die Sperrung im Bottrop nicht nur weitere Wochen dauern, sondern sogar Monate. Frühestens im Frühling sollen hier wieder Autos über den Rhein-Herne-Kanal fahren dürfen. Für Lkw dauert es noch länger. Und jetzt erst mal durchatmen bei uns am Rhein. Der Scheitelpunkt des Hochwassers in Duisburg und am Niederrhein ist überschritten. Hier in Ruhrort heute eindeutig zu sehen, 8,09 Meter. Gestern war der Höchststand ja bei 8,20 Meter noch. Und wenn der Pegelstand jetzt auch sinkt, manch einer hat die Wassertiefe dann offenbar doch unterschätzt. Die Landwirte sind sauer auf die Bundesregierung, unter anderem, weil sie ihnen die Steuervergünstigungen auf Diesel streichen will. Mit 1.700 Traktoren sind sie deshalb heute durch Berlin gefahren. Aber auch hier bei uns am Niederrhein gab es am frühen Abend spontane Protestakten. Großer Feuerwehreinsatz an der Uni in Duisburg heute früh. Ein Mitarbeiter der Uni hatte angerufen. Aus dem Wasserhahn bei den Naturwissenschaftlern war eingefärbtes Wasser ausgetreten. Der Verdacht, möglicherweise tritt da Gas aus. Die vollbesetzte Uni wurde vorsichtshalber geräumt und auch zwei Straßen gesperrt. Kurze Zeit später dann die Entwarnung. Wahrscheinlich war nach einem Wasserrohrbruch vor einiger Zeit noch zu viel Luft in der Wasserleitung. Deshalb war das Wasser dann durch die Bläschen weiß. Ja und wir bleiben an der Uni Duisburg-Essen, wechseln aber den Campus und gehen dann nochmal ein paar Schritte weiter. Denn direkt gegenüber von den Unigebäuden in Essen gibt es etwas für alle Spielkinder unter uns. Gerade jetzt, wenn es draußen dunkel und ungemütlich ist. Da werden ja auch bestimmt bei Ihnen vielleicht Brettspiele aufgebaut. Ja und wenn Ihnen dann für den Spieleabend noch jemand fehlt, dann sind Sie im White Rabbit genau richtig. Ja, danke für diesen Einsatz. Ja und aber auch für Ihren, anders aber genauso fleißig sind Sie gerade und auch die Kolleginnen und Kollegen vom WDR 2 Weihnachtswunder. Die sitzen gerade drüben im gläsernen Studio mitten in Düsseldorf, moderieren da in Dauerschleife für den guten Zweck. Ja und bis jetzt sind schon mehr als zwei Millionen Euro zusammengekommen bei unserer WDR Charity-Aktion. Das Schönste da drin, die Spenden, die kommen von Ihnen da draußen natürlich auch aus Duisburg und vom Niederrhein. Wenn Ihr Weihnachtsmenü auch noch nicht steht, so wie bei mir, dann können Björn Freitag und Frank Buchholz vielleicht helfen. Gleich um Viertel nach acht. Ich wünsche eine gute Idee und guten Hunger. Bis morgen.